Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Bei der Bundestagswahl ist die SPD offenbar mit knappem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Dieser Trend verfastigte sich im Laufe des Abends in den Hochrechnungen. Nach den jüngsten Angaben von Infratest DIMAP kommen die Sozialdemokraten auf 25,9 Prozent. CDU und CSU folgen mit 24,1 Prozent. Drittstärkste Kraft sind demnach die Grünen mit 14,7 Prozent. Die FDP erreicht 11,5, die AfD 10,4 Prozent. Die Linkspartei wird in der aktuellen Hochrechnung bei glatt 5 Prozent gesehen und kann also noch nicht sicher mit dem Einzug in den Bundestag rechnen. Die anderen Parteien kommen auf 8,4. Die Union also im Rekordtief. Zugewinne für die SPD, dazu eine Analyse von Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio. Angesichts des knappen Ergebnisses ist noch unklar, welches Bündnis Deutschland künftig regieren wird. Spitzenpolitiker von Union und SPD reklamierten am Abend jeweils den Führungsanspruch für sich. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sprach von einem großen Erfolg für seine Partei. Viele Wählerinnen und Wähler wollten, dass der nächste Kanzler Scholz heiße. Sein Kontrahent Laschet von der CDU kündigte an, er wolle eine Regierung unter Führung der Union bilden. Deutschland brauche jetzt eine Zukunftskoalition. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liefern sich SPD und Grüne ein enges Rennen. Mittlerweile liegen die Sozialdemokraten aber knapp vorn. Aktuellen Hochrechnungen zufolge kommt die SPD auf 21,8 Prozent, die Grünen liegen bei 19,4 Prozent, die CDU erreicht 18,2 Prozent, die Linkspartei erhält 14,2 Prozent der Stimmen, die AfD liegt bei 7,9 Prozent, die FDP bei 6,9 Prozent. In der Hauptstadt kam es vor den Wahllokalen teilweise zu langen Schlangen mit stundenlangen Wartezeiten. Grund war unter anderem, dass gleichzeitig vier Abstimmungen stattfanden. Die Bundestagswahl, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten sowie die Volksabstimmung zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Zudem gab es in einigen Wahllokalen Probleme mit fehlenden oder falschen Stimmzetteln. Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren die Menschen heute neben der Bundestagswahl aufgerufen, ihre Stimme für einen neuen Landtag abzugeben. Den jüngsten Hochrechnungen zufolge liegt die SPD mit Ministerpräsidenten Schwesig erneut vorn. Mit deutlichem Abstand vor anderen Parteien. Demnach kommt die SPD auf 40 Prozent. Zweitstärkste Kraft wird wieder die AfD mit 16,7 Prozent. Die bislang mitregierende CDU muss mit 13,3 Prozent herbe Verluste hinnehmen. Die Linkspartei bekam 9,9 Prozent. Mit 6,1 Prozent der Stimmen schaffen die Grünen den Wiedereinzug in den Landtag. Ebenso die FDP mit 5,7 Prozent. Die SPD bleibt also bestimmende politische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wahlkampf der Sozialdemokraten dort war ganz auf die Ministerpräsidenten zugeschnitten. Schwesig hatte 2017 ihren Posten als Bundesfamilienministerin abgegeben, um in Mecklenburg-Vorpommern das Amt der Regierungschefin zu übernehmen. Diese Wahl war ihre erste als Spitzenkandidatin in dem Land. Es hat am heutigen Bundestagswahlabend ein bisschen gedauert, bis die Spitzenkandidaten der Parteien vor die Presse getreten sind. Um kurz vor 19 Uhr sprach der Kanzlerkandidat der Union Laschet im Konrad-Adenauer-Haus zu seinen Anhängerinnen und Anhängern. Soweit also die erste Reaktion des Kanzlerkandidaten der Union Laschet. Kurze Zeit später, um kurz nach 19 Uhr, trat der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, im Willi-Brandt-Haus vor die Presse. Hier Auszüge aus seinem Auftritt. Für die Grünen ist der heutige Wahlausgang eine bittersüße Erfahrung. Einerseits ist es das historisch beste Ergebnis der Partei, wie Spitzenkandidatin Baerbock am Abend hervorhob. Andererseits liegen die Grünen deutlich unter den Umfrageergebnissen von vor einigen Monaten. Da sah es eine Zeit lang so aus, als ob die Partei als stärkste Kraft sogar die Kanzlerin stellen könnte. Man habe mehr gewollt, räumte Baerbock vor ihrem Anhängerinnen und Anhängern ein. Hocherfreut über das Ergebnis seiner Partei zeigte sich FDP-Chef Lindner. Die Liberalen seien bereit, ihren Beitrag zu leisten, das sagte er vor jubelnden Parteimitgliedern. Eine Präferenz für die Regierungsbildung ließ er jedoch nicht erkennen. Man werde sich die Eigenständigkeit aus dem Wahlkampf bewahren, so Lindner. Die AfD hat zwar etwas verloren im Vergleich zu 2017, kann aber nach jetzigem Stand zweistellig bleiben. Hier die erste Reaktion des AfD-Spitzenkandidaten Kruppalla. Für die Linkspartei dürfte es noch ein langer Abend werden. Angesichts ihres schwachen Ergebnisses muss die Partei darum bangen, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Ersten Analysen zufolge hat die Linkspartei viele ihrer Wählerinnen und Wähler an die SPD und die Grünen verloren. Spitzenkandidat Bartsch räumte im Ersten Probleme ein. Das knappe Rennen bei der Bundestagswahl führt auch dazu, dass sich noch nicht klar vorhersagen lässt, wer Kanzler wird und welche Parteien am Ende miteinander die Regierung stellen. In der Berliner Runde wurden sogar verschiedene Ansichten darüber deutlich, wer mit wem als erstes über eine Zusammenarbeit sprechen sollte. Es bleibt also auch morgen und in den kommenden Tagen spannend, wenn ein Nachfolger für Kanzlerin Merkel gesucht wird. Auf mehr als 100 Gipfeltreffen und zwei EU-Ratspräsidentschaften kann die scheidende Kanzlerin zurückblicken. Immer wieder gab es Krisen, die die Europäische Union an den Rand ihrer Existenz gebracht haben. Aber auch wenn nicht immer alle Europäerinnen und Europäer der Kanzlerin wohlgesonnen waren, so hat sie sich doch während ihrer 16 Amtsjahre den Ruf einer verlässlichen Krisenmanagerin erworben. Und so schaut auch der Rest von Europa gespannt darauf, wer jetzt Merkels Nachfolger antritt. Mit der heutigen Wahl geht ihre Ära endgültig dem Ende entgegen. Fast 16 Jahre lang hat Angela Merkel als erste Frau überhaupt das Land als Bundeskanzlerin regiert und das Bild Deutschlands in der Welt geprägt. Und hier noch einmal der Nachrichtenüberblick in 100 Sekunden. Hochrechnung zur Bundestagswahl. Nach Angaben von Infratest-DiMap führt die SPD mit 25,9 Prozent vor der Union mit 24,1. Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 14,7 Prozent. Die FDP erreicht 11,5, die AfD 10,4 Prozent. Die Linkspartei liegt bei glatt 5. Die anderen Parteien kommen auf 8,4 Prozent. CDU und SPD erheben Anspruch auf Regierungsbildung. Sowohl der Kanzlerkandidat der Union, Laschet, als auch der Spitzenkandidat der SPD, Scholz, wollen die nächste Bundesregierung anführen. Beide streben ein Bündnis mit der FDP und den Grünen an. Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Laut jüngster Hochrechnung kommt die SPD auf 21,9 Prozent und wehre damit stärkste Kraft. Die Grünen dahinter mit 19,4 Prozent. Die CDU erreicht 18,5, die Linke 13,8 Prozent. Die AfD holt 7,8, die FDP 7 und die anderen Parteien 11,6 Prozent. Mehrheit der Berliner für Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen. Nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke sprachen sich 57,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Initiative zur Enteignung großer Immobilienunternehmen aus. SPD siegt bei Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Hochrechnung legt die Partei von Ministerpräsidenten Schwesig zu und bleibt stärkste Kraft mit 40 Prozent. Die AfD kommt auf 16,7 Prozent, die CDU auf 13,3. Die Linke erhält 9,9 Prozent. Die Grünen holen 6,1 und die FDP 5,7 Prozent. Die anderen Parteien 8,3. Das Wetter. Morgen in den östlichen Landesteilen viele Wolken und kräftige Schauer sowie einzelne Gewitter. Sonst Sonne und Wolken und nur selten Schauer. Später im Westen Regen. Höchstwerte von 17 bis 24 Grad. Hier geht es jetzt weiter mit einer weiteren Extra-Ausgabe der Tagesthemen mit Helge Fust. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.15 Uhr. Und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.